Ja, Freunde, tatsächlich der Tag. Moinsen erstmal. Guten Abend, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zur einzigartigen Van-Balder-Show. Freunde, ich habe gedacht, dass ich heute nicht streame, aber tatsächlich ist es so, dass wir da sind. Spaß haben, Bock haben, Pupsi-Sauer dabei. Ich grüße alle, die eingeschaltet haben. Herzlichst willkommen. Das zum Thema dazu. Ja, heute einen schönen Tag gehabt, unterwegs gewesen. Ich habe mir heute tatsächlich richtig geile Pflaster geholt für mein Tattoo. Die wollten mir mit der Tätowierer nicht geben und deswegen habe ich gedacht, dass ich mir die kaufe bei der Apotheke. Und die waren ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen, oder sind ziemlich geil, weil ich habe da jetzt das drauf und ihr seht es nicht. Guck mal, ich habe die jetzt drauf und man sieht die einfach nicht. Die Pflaster sind, das ist ein durchsichtiges Pflaster, was tatsächlich auch wasserabweisend ist, trotzdem bei der Heilung beiträgt und sowas. Also richtig geil, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne. Ja, ich habe richtig Bock und bin richtig motiviert. Pupsi und ich auch am Start ebenfalls. Pupsi kann mal Duo Rebirth anmachen. Das kriegen wir auch hin. Und dann geht das auch los. Zu den Customs, da kannst du dich auf meinen obersten Mod einmal... Ey, Arnustöfel, moin, Digga. Du kannst dich einmal auf den Mod konzentrieren, weil das ist mit einer der besten, attraktivsten, gutaussehenden Leuten, die ich kenne. Fahr da hin, wächter der getrankten Unterwäsche. Der böse Bube. Ja, Bube. Und zwar, Bube, guckt euch das an, Freunde. Und zwar hat Bube schon locker. Ich glaube, Bube ist Follow-Age. Bube, mach mal einmal Follow-Age bei dir, Digga. Erstmal schön, dass du da bist. Und TikTok, moin Customs. Nein, wenn es angekündigt wird. Und meistens am Wochenende. Also es kann sein, dass es diesem Wochenende stattfindet. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und Candy, moin. Guck mal, wie gesagt, vor eurem Namen, Freunde, für die Subscriber, steht jetzt drauf, ihr habt jetzt Sub-Emotes. War das richtig? Ja. Sub, also nicht nur die Sub-Emotes, die ihr im Chat spammen könnt. Gerne, mein Schatz. Schön, dass du da bist. So, ein Jahr und fünf Monate. Bube hat schon... Das Ding ist, die gehen nur bis zwölf Monate, meine Sub-Emotes, richtig behindert. Aber habe ich gestern gekauft und nochmal schnell eingefügt. Und geil einfach nur, Digga. Bube hat einfach nur den motherfucking besten, kratzesten Sub-Emote, den es gibt, Digga. Guckt ihn euch an. Bei Pupsista tatsächlich auch schon. Freue ich mich mega. Es wird sich auch jeden Tag einiges verändern. Da gucke ich auch nochmal im Stream, was das Thema anbelangt. Und ich bin gespannt, Digga. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da alles noch kommen wird. Weil ich werde mir jetzt nochmal ein, zwei Gedanken machen. Habe ich mir halt gedacht, dass ich will ein, zwei Sachen noch machen. Was jetzt allgemein so das Talk-Fenster mit euch angeht. Dieses Sprechfenster, was ihr hier seht. Ganz normal, andersrum, wenn ich den anderen Bildschirm wechsle. Mehrere Kameras. Das zum Thema dazu. Freunde, jetzt geht es erstmal los. In diesem Sinne, seid kein Dominik Gummi und genießt den Stream. Bussi. Böse mal kommt. Alarm Schubbrot. Böse mal kommt. Alarm Schubbrot. Böse mal kommt. Abfahrt. Ich gucke einfach ganz einfach zu. Macht das, Pika. Alles gut. Viel Spaß dabei. So, Ben. Ich bin da mal jung. Was ist los? Wo seid ihr, Ben? Ja, ich bin hier, Digga. Problem ist gerade nur... Sind die da in dem Haus drin? Braucht ihr Platten? Komm mal her. Hupst, hier unten sind Platten. Komm mal her. Heilt euch. Heilt euch. Einer gefinisht. Dort draußen, da lag einer. Hast du den geholt? Komm, lass uns den holen. Lass rein, da rein, da rein, da komm. Ey, der Sponshot, bitte. Okay, schade. Er ist auf Bord. Er liegt auf Bord. Der rennt hoch. Pass auf, noch einer. Ich heil mich selber. Ja, ich bin aber gleich tot, Schatz. Nein, helfen. Digga, ich bin so behindert, ne? Also, das kannst du keinem erzählen. Alter, was ist mir gerade los, ihr? Ja, ich bin auch mein Eckhardt. Schönes Ding, der Devil. Alle tot? Es geht alles so schnell, dafür spießt zu sein. Der Devil, alle tot? Nee, sind sie nicht. Egal. Der Devil, komm raus! Ist jetzt nur noch einer. Voll. Glaube ich. Hey, wer macht die Tür von mir zu? Komm rein, mach zu. Ich sehe ihn. Also, wenn ihr mal Zeit hättet, ne? Beieilt euch, beieilt euch. Nur so. Beieilt euch, bitte. Okay, ich gehe mal kurz von einer anderen Tür rein. Ihr macht die Tür gleich auf und kommt auch rein, ja? Na klar. Schön, dass wir darüber geredet haben. Boah, hast du das zu... Kommt ihr hoch? Ja. Lass mal hoch, genau. Der, der will. Hoch zu der, Pupsi. Boah, hier ist er. Boah, hier ist er. Mein, der ist hier drin. Der ist hier drin, Jungs. Ja. 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 Pupsi, ich liege hier. Du kannst mich heilen, bevor du lootest. Danke. Finde ich gut, so Digga. Moin. Einfach mit Zenny sehr geil. Ich hoffe, dir geht es gut, mein Liebster. Digga. Bin die Kuso, mein Schatz. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir zocken auch irgendwann mal zusammen. Digga, Jenny hat mir gerade so den Arsch gerettet, das wird erst mal geklippt. Brauchst du Platten? Ganz ruhig jetzt. Tünnes Eis. Ja, entspann dich mal wieder. So, wie viel haben wir? Oh, fuck, wir müssen los, wir müssen los. Habe ich gar nicht gecheckt, Digga. Ich war so euphorisch unterwegs. Ja, und natürlich, ich geh doch. Pass auf, lass uns Richtung hier. Ich weiß einfach nicht, welche Backen gut sind. Komm mit, Schatzi, komm. Einfach mitkommen. Lass uns da die Richtung gehen, die Mädels. Ich komm gleich nach. Ich muss mal ganz kurz hier einmal ein bisschen looten. Ey, wir haben genügend Cash. Wir können jetzt einen Lowdown kaufen. Droppt ihr euer Money einmal. Hupsi, du auch. Leo. GG. Hupsi, kommst du nach? Beeil dich. Lelf, Lelf, hör es, Lelf. Gib mir dein Geld. Geil. Und los, alle rüber. Fuck, da waren welche. Ja, Leo, geil, danke. Einer won, einer nock. Zweiter nock. Zwei, ah, Team wiped. Jetzt ein bisschen aufpassen. Wir sind, glaube ich, aufgeflogen. Irgendwie wollen wir gesnipet. Wir werden gesnipet. Ja, hier. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab die so rasiert, die Jungs. Boah, die kriegen so dicke Hits von mir, das ist ja anders krank. Einer nockt. Einer ist genockt. Ja, ich bin... Wie, oh mein Gott. Oh, Baby, Digga. Sauber. Los, hilf mir, hilf mir. Da sind noch welche. Ja. Die müssen wir killen. Dann ist Team wiped. Dahinten ist einer. Wer ist denn der Baum? Einer ist down? Na, echt jetzt? Ja. Wo ist der? Natürlich, ich bin jetzt, echt jetzt. Wo ist der? Ich hab aber... Aber er ist noch nicht tot. Er ist noch nicht tot. Auf wen schießt der denn? Ach, da. Ja, Digga, gerne, hau rein. Shit. Mein Gott, alter, fuck. Kopfgeld. Wir müssen hier weg. Leo, kannst du ein bisschen up-safen, bitte? Komm, wo denn? Ach, fuck. Schatz, zurück. Wir sind zu zweit. Komm zurück, komm zurück. Ja. Wir sind im Tunnel drin. Ja, danke. Er ist leider nicht gestorben. Kein Geld. Komm weg, Schatz, komm mit, komm mit. Scheiß drauf. Wir müssen auf Leo warten, bis er wieder da ist. Ja. So, zwei, sieben. Ich kann einmal nach oben. Nee, die ist nicht wichtig. Einmal mitkommen, genau. Hast du noch Platten? Nein. Das ist schlecht. Leider nicht. Bist du unter mir? Alter, hier ist noch nicht gestorben. Ja, ja, mach, mach, mach. Aber geil, der Geil hat, dass man sich hier so schön... Ach, da sind die. Jo, Digga, absolut krass. Geisteskrank, der Laser. Oh, shit, wir müssen los, Schatz. Komm hier rüber, wir gehen hoch zu Prison. Ich komm, wir gehen aber hier lang. Oder nee, geht nicht, schade. Wir müssen direkt hoch, weil sonst haben wir ein Problem. Direkt in Prison unten rein, wenn ihr es schafft. Auf, Prison rauf am besten sogar noch. Kommt ihr, meine Hasen? Hier, hier, Leiter, 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 Jungs und Mädels. Oh, hier ist alles voll, geil. Okay, hier ist voll, passt auf. Hier oben sind welche auf dem Dach, zeigt euch nicht. Okay. Okay. Einfach hier geklaut. Ja, Mädels, kommt ihr hoch? Pass auf, zwei Clusterschläge auf dem Dach, nicht, dass ihr stirbt. Wahrscheinlich ihr in der Rennig rein. Bin ich mit, wichtig. Kommt ihr hoch? Oder seid ihr bei mir? Okay. Passt auf, unter mir ist einer. Finished. Ich weiß nicht, ob da noch jemand war. Einmal reinziehen. Ja, Justin, wann bist du dabei, mein Junge? Hinter uns ist einer, zumindest auf meinem Radar. Ja, oben in der Luft. Über dir? Zehn Meter. Hab ihn. Nice, schöner Call. Schöner Call. Ich hab ihn. Nicht runtergehen, nicht runtergehen. Mein Schatz. Hier unten sind wer? Gibt zwei Leute hier? Hinter uns. Hinter uns aufs Dach. Zwei Leute nockt. Oder einer nockt. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich komm. Habt ihr den? GG. Ja. G fucking G, Alter. Hier unten war auch noch irgendwo einer. Schönes Ding. Hab noch einen? Schönes Ding, Leo. Aufs Dach in uns. Nockt, ist nockt, ist nockt. Schöner Call. Wichtiger Call. Wieder einer nockt. Ich krieg kein Killer. Ist egal, hauptsache wie Candy. Ja, ja, ich weiß. Ja, mach das, Digga. Alles gut, Justin. Wir warten auf dich, mein Junge. Achso, ich wollte nicht durch den Nuten ran. Entschuldige. Ah, hier ist einer drin. Alles gut, ist nicht schlimm. Hier von unten wurde auch geschossen. Oh, fuck. Die chillen ja immer noch, die Ekligen. Wir haben alle, alles ist noch gut bei uns. Alles ist noch gut. Alles ist perfekt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen in die Zone wahrscheinlich gleich bewegen, meine Hasen. Bleib mal hier, Leo. Nicht runterspringen. Ich hab noch dieses Teil zum Wegfliegen. 20 Meter links ist einer unter uns. 20 Meter links. Ich weiß, du bist da gerade reingesprungen. Echt jetzt? Ah, der Mensch. Passt auf, passt auf. Okay, wir müssen, ich weiß nicht, was wir machen. Ich hab einen Raketenwerfer. Ich kann doch irgendwo eine Rakete reinballern. Ja, behalt ihn, behalt ihn. Ich muss nur sagen, wo. Ich hab keine Ahnung, wo wir hingehen. Also zu fällig, Raketen. Ja, warte, ich guck mal hier. Komm her. Kann ich mal eine Platte für mich für die Aspekte? Ja, hier. Alles gut, ich kann nicht mehr mitnehmen. Nimm wieder mit. Ich hab noch genügend Cash, Digga. Da hinten sind auf jeden Fall noch welche. Da hinten landet einer. Ja, da treff ich nix. Fuck, ich hab keine Munition mehr. Das ist schlecht. Da unten beim Shop, beim Shop. Einer knockt. Jetzt bin ich One-Shot. Scheiße. Runter, 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 runter. Oh nein, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Gigi. Oh, danke, danke. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Schaffen wir. Renn ihm hinterher. Renn ihm hinterher. Nein. Nein. Ach, wie ärgerlich. Nein, 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 nein. Och, Digga, das ist ein Schmutzspiel. Nein. Hier ist einer. Ganz ruhig, ruhig, ruhig. Chill, chill, chill. Chill, jetzt kannst du nichts sagen, wenn ihr tot seid. Das war dumm von mir. Ah, du hast so ein paar Schnüsse. Der ist hier ein Truck, irgendwo einer. Oh, heftig. Heil dich. Ja, Ruhe. Boah, ich bin grad richtig außer Adrenalin hier. Wie heißt die Waffe? Ruhe. Ruhe, Ruhe, bitte ganz kurz, Ruhe jetzt. Okay. Nein. GG. Ja. 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 Nein. Wie geil. Krass. Krass, Mann. Sauber. Boah, Digga, was für eine Konzentration, Digga. Ja, Freunde, das zum Thema dazu. Wir haben heute absolut krank Runden gehabt. Wir waren heute in Warzone. Also einmal 20 Kills, einmal 19 Kills. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Follow da. Auf Instagram, auf YouTube, auf Twitch. Auf jeden Fall ebenfalls ein Follow da lassen. Ist auf jeden Fall unten. Habe ich auch schon mal auf jeden Fall gesagt. Ist unten verlinkt, meine Hasen. Gerne mal raufklicken, gerne mal abchecken, wenn ihr im Livestream dabei sein wollt. Wir machen Custom Games. Wir organisieren Airsoft Turniere. Das nur mit meinen Followern, die, die mitspielen wollen, sich dabei teilnehmen können. Dabei sein ist alles. Ihr könnt, ihr kriegt die Waffen von mir. Ihr kriegt die Ausrüstung von mir. Ihr kriegt die Schutzbekleidung. Ihr kriegt die Brillen. Also, in diesem Sinne, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Seid kein Dominik im Gummi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.